Aua! Oh ja! Ich würde mal sagen, anderes Kaliber. Ich würde mal sagen, hält nicht viel aus, macht aber gut Damage, ne? Auch eine andere Position. Eine schönere Position. Achtung aus dem roten Kreis raus. Gehen wir aus dem roten Kreis raus. Wow! Ich war dabei. Geh, geh, geih! Ich hab das nicht Ich hab das nicht Ich hab das nicht Boah, was er das Du wisst aber, dass ich auch so einen Kreis habe, ja? Ist also schlecht zu erkennen, ob das deiner ist oder von denen. Na gut, dann sage ich halt an. Mein Kreis. 24k-Crit, auch gut. Dann lag das.